Der Globus Zwickau hat seine eigene Kochsendung. Produziert wird sie in der Showküche im benachbarten Porta. Und am Herd stehen absolute Meister ihres Fachs. Jede Woche wird ein neues regionales Gericht vorgestellt. Und im Globus wurde eigens ein Bereich geschaffen, in dem die Kunden die Zutaten direkt auf das Rezept abgestimmt kaufen können. Rezept Nummer 1 ist ein Klassiker und Dauerbrenner gleichermaßen. In dieser Woche zeigt Meisterkoch Jörg Friedrich, wie man Quarkkeulchen macht. Kochlehrlinge werden sein Gesicht genau kennen. Er sitzt in der Prüfungskommission für Auszubildende und Meister. Auch in seiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender im Verein Zwickauer Köche hat er schon Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Globus. Mehrere Jahre. Und man kann immer wieder sagen, es ist ein Vergnügen, mit Globus zusammenzuarbeiten. Weil es einfach Spaß macht mit engagierten Mitarbeitern, die ihn voll unterstützen und ihm voll helfen, zusammenzuarbeiten. Ihm zur Seite steht Jessica Bauer. Auch sie ist eine gestandene Fachfrau und arbeitet in der Globus Gastronomie. Oder eben als Fernsehköchin vor der Kamera. Sie hat sogar schon das nächste Rezept verraten. Wir machen diese Aktion, weil wir den Kunden altbewährte Gerichte näher bringen wollen. Zum Beispiel Senfeier. Halt nicht mit gekochten Eiern, sondern mit pochierten. Einfach ganz einfache Gerichte, die sie zu Hause selber nachkochen können. Jedes Rezept wird eine Woche lang gezeigt. Zum Beispiel im Programm von Television Zwickau. Täglich 11.45 Uhr und 18 Uhr ist die Kochshow im Fernsehprogramm zu sehen. Im Globus selbst wird am Kochen mit Globus Regal die Sendung ebenfalls gezeigt. Und wer das Gericht lieber erstmal vom Profi kosten möchte. Jessica Bauer kocht das aktuelle Wochenrezept jeden Tag frisch in der Globus Trefferia. Und wer das Gericht lieber im Fernsehprogramm zu sehen.